Herzlich Willkommen liebe Zuschauer, ich begrüße Sie aus dem Studio Nürnberg. Wenn Kleinstkinder zur Masturbation angeregt werden, wenn in einem Kindergarten derjenige Karottenkönig wird, der am schnellsten Kondome über eine Karotte ziehen kann, wenn Erstklässler Körperteile zeigen, spielen und dabei auch Po- und Genitalien in die Mitte strecken, wenn Schulkinder durch pornografische Lehrmaterialien detaillierte Anleitungen zu sexuellen Betätigungen erhalten, wenn alle Zerfallsformen der Familie den Kindern als gleichwertige Alternative angepriesen werden und wenn Jugendliche bei schulischen Rollenspielen homosexuelles Verhalten einüben, dann entspricht das alles den aktuellen europäischen Standards, genannt Standards for Sexuality Education in Europe, herausgegeben von der WHO und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Jahr 2010. Der aktiven Sexualisierung unserer Kinder und Jugendlichen durch das umfassende Netzwerk der Sexualpädagogik kann sich kaum noch ein Schuldirektor, Lehrer, Vater oder Mutter entziehen. Der Preis, den der Einzelne für Widerspruch und Widerstand zahlen muss, vom Bußgeld bis zur Erzwingungshaft, ist hoch und wird immer höher werden, je länger wir schweigen und je mehr soziale und politische Macht die Minderheiten wie etwa schwulen, lesben und auch pädophilen Bewegungen erobern. Es ist allerhöchste Zeit, dass hier nicht mehr nur der einzelne Widerstand leistet, denn nur gemeinsam werden wir hier etwas bewegen können. Abschließend noch ein passendes Zitat von Jean-Paul Sartre Wenn ihr eure Augen nicht braucht, um zu sehen, werdet ihr sie brauchen, um zu weinen.